Hallo zusammen, ich begrüße euch zum wieder mittlerweile zweiten Film an einem Tag. Wir haben jetzt schon fast 19 Uhr und wir haben immer noch den 22.09.2020. Ich wollte an sich wirklich heute nichts mehr machen. Ich wollte eigentlich auch nur meine Pipeline leeren und ganz viel noch anschauen. Das ist ja immer noch anzuschauen. Da muss ich dann vielleicht mich dann auch von der einen oder anderen Sache aus Zeitgründen trennen. Aber das ist jetzt, und ihr wisst ja, wenn ich immer so ins Bild komme, ist es dann hochemotional.